Achtung, da hinten ist ein Skelett, ich habe Angst, ich gehe weg. Nein, es schießt mich an. Oh, halbes Herz, halbes Herz. Hallo Anna und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf den Knall von GoldburgsTV. Ich spiele heute das neueste Projekt, wo ich jetzt dabei bin und zwar ist das Last Team Standing, was man hier schön sehen kann. Und mit dabei ist mein Teamkollege, der in meiner Stadt ist, und zwar der... Bomb-Story, hallo. Ja, hallo. Das erste Mal, dass ich mal den Typen traf, ich kenne ihn schon länger, aber er mich leider nicht. Und ja, ich bin nur am reden. Und es wurde irgendwie gesagt, was müssen wir tun? Zuerst vor einem Titelscreen aufnehmen, oder? Ja, im Titelscreen aufnehmen, ich bin jetzt schon gejoint, ich habe aber keinen roten Namen. Und das ist alles ein bisschen... Ist das der neue Spawn? Ich weiß das gar nicht. Verpackt. Ja, sie haben komplett die IP... Ja, da bist du. Hallo. Hallo. Okay, ah, die Todesanzeige ist jetzt unter dem Namen, okay. Ja, Leute, das wurde alles ein bisschen verändert, es gab ein bisschen Stress in den letzten Tagen. Und es ist Nacht, das ist nicht so gut. Wir laufen einfach mal in die Richtung. Ich nehme mir jetzt ein bisschen Erde, falls wir uns einbauen müssen. So. Okay. Ich hole mal vier Holz für uns. Ja. Ich schaue auf die Uhr, es ist momentan... Achtung, da kommen Zombies hinter dir. Ich boxe ihn mal kaputt. Ah! Ach, schrecklich. So. Also, Leute. Ich erkläre euch jetzt gleich mal, wie das Projekt funktioniert. Also, wir haben, glaube ich, hier vier Städte. Vier Städte, oder? Vier Städte. Ja, vier Städte sind es. Und es ist so, jede Stadt hat so sein eigenes Gebiet. Und wenn ihr zum Beispiel, also ich bin in Stadtrot, und wenn ihr zum Beispiel jemand von Stadtblau kommt und mich töten möchte und ich dann sterbe, habe ich so lange eine Aufnahmesperre, bis derjenige, der mich getötet hat, auch stirbt. Das kennt ihr sicher früher, da gab es solche Ballspiele, äh, Ballspiele in der Schule. Und, ähm, daher kennt ihr das sicher. Also, ich bin fast tot. Aber ich ess lieber mal was. Mein Holz ist weg. Äh, das habe ich aufgesammelt. Achtung! Ach so! Wow! Alter Schwede. Ne, weißt du was? Wir sollten uns lieber einbauen. Ja, einfach hier runter. Ja, runter, bau. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ah! Warte, ich komme auch rein. Ja, komm. Nein, doch nicht. Ja, meint, ich logge sie nur schnell weg. Okay. Mir ist gerade aufgefallen, dass, 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 wir spielen auf der 1.7.2. Ja. Und da habe ich mein eigenes Soundpack reingepackt. Okay. Hallo! Baut zu, baut zu! Okay, wir werden craften. Kann man das machen, wir selbst. Ne. Ähm. So. Gib mir mal das Holz, bitte. Ähm, bitteschön. Mach uns einfach mal Schwerte. Ja. Ähm, wir spielen, glaube ich, auf dem Schwierigkeitsgrad, ähm, normal. Normal, oder? Ich glaube, ja. Okay. Geht los? Ja. So, jetzt wird geschnetzelt. Okay, keine Ahnung. Und ja, Leute, ich habe dann so lange eben eine Spielsperre, bis die Person auch gestorben ist. Und das kann dann oft sehr lange dauern, oder auch nicht, je nachdem, wie schnell die Person stirbt. Man kann ja mieten... Oh Mann, ein Skelett. Lass uns hier lieber weglaufen. Das ist, glaube ich, besser. Ja. Ich habe... Die Skelett hole ich mir noch. Ich habe 3,5 Herzen und kein Essen. Oh, nee. Ich kann dir ein verrottetes Fleisch geben. Warte, den Zombie hier kill ich noch. Okay, ich habe noch 3 verrottete Fleisch. Ja, ähm, ich grab mich hier nur schnell mal ein. Denn wenn ich sterbe, bin ich richtig gearscht. Ja, dann hast du nämlich ein Tag lang, glaube ich, eine Upload-Sperre. Nein, 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 die Bär nicht. Nein, 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 nein. Wenn sie in mir sind, können sie mir nichts tun. Okay. Oh mein Gott, hier sind einfach so viele Mobs. Warum nehmen wir mitten in der Nacht auf? Es ist so... Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wow, Creeper. Aber ich habe überlebt. Ich habe einen Creeper gehört. Gut. Ich habe einen Bogen. Ich brauche einfach was zu essen. Wo bist du? Wo bist du? Ich gehe zum Spawn. Ah, da bist du. Ich sehe dich, ich sehe dich. Da ist ja der Bogen, Stagi. Hinter dir ist eine Spinne. Spinne. Ich bräuchte etwas zu essen, bitte. Okay, ich habe leider nichts zu essen. Scheiße. Ähm, wir sollten vielleicht einfach mal... Ich kann doch noch gehen. Okay, komm, dann gehen wir. Okay, jetzt gehen wir. Ja, ich warte auf dich. Ähm, vielleicht finden wir ja irgendwie Schweine, oder? Ja, Schweine wären schön. Das wäre ziemlich cool. Ich glaube, man darf zwei Folgen am Tag hochladen. Ah, da oben ist ein Huhn. Oh mein Gott. Achtung, das ist Skelet. Hilf mir. Ja. Nein, es geht mir hin. Wo ist es? Es ist eine Kuh. Wo ist es? Wo ist es? Ah, hier. Ich töte es. Und von hinten. Nein, ich bin fast tot. Okay. Nein. 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 Ich kann dir gerade nicht helfen. Ich bin gerade am Essen. Scheiße, ich baue mich, weißt du was? Ich baue mich jetzt einfach ein. Mir egal. Oh, es wird eh schon wieder Tag. Du kannst schon wieder rauskommen. Aber ich habe nur noch zweieinhalb Herzen. Ich habe nur noch zweieinhalb Herzen. Ich habe auch zweieinhalb Herzen. Red nicht, okay? Okay. Oh nein. Der Wuster. Alter, alter, alter. Ziemlich stimmig Aufnahme. Auf jeden Fall. Ja, so stimmig Aufnahme. Wo hast du denn gedacht, dass wir hingehen könnten? Ich weiß nicht so richtig. Ich hätte irgendwie gesagt, oh, das sind Schweine. Das sind Schweine. Oh, perfekt. Schweine. Schweine sind immer gut. Du musst eins ist da. Dann tötet die Schafe das. Ja, auf jeden Fall. Dann können wir uns gleich im Bett machen. Sofern genügend Wolle rausspringt. Wie viel Wolle hast du? Ähm, zwei. Okay. Achtung, da hinten ist ein Skelett. Ich habe Angst. Ich gehe weg. Nein, es schießt mich an. Oh, halbes Herz. Halbes Herz. Halbes Herz? Ja. Okay, ich mache jetzt. Oh, das war nicht ganz so günstig. Oh, es ist es, es ist es. Moment, ich kann nicht schlagen. Ich glaube, ich... Es brennt. Äh, dann zucke ich aus. Welch doch? Ja. Das ist noch eine Kuh. Komm, das ist Huhn. Oh, davon ist auch noch eine Kuh. Alles töten. Alles töten, was wir finden. Ich habe eine Rose. Oh nein. So. Die Kuh soll jetzt tot sein. Oh nee. Wenn da... Ich habe jetzt was... Nein, nein, ein Creeper, ein Creeper, ein Creeper. Pass auf. Ähm, weg hier, weg hier. Ich kann nicht mehr sprinten. Ich habe die Map an. Ich kann dir ein rohes Fleisch geben, kannst du sprinten. Ja. Hier. Okay, super, danke. Ähm, ich hätte eher gesagt, dass wir... Nein, doch nicht hier. Hier ist nur eine Insel irgendwie. Oder sollen wir uns vielleicht vorher eingraben, irgendwo unter die Erde, dann ein bisschen meinen gehen? Und dann... Ja. Ah, da entlang. Da können wir laufen. Okay. Komm, hier mal entlang. Oh, ich habe so dermaßen Panik gerade. Weil wenn ich jetzt sterbe, wegen einem halben Herz, ne? Hast du nur ein halbes Herz? Ja. Ach so. Ja, Moment. Nein, ich kann gerade nicht besonders viel machen. Ähm, ich glaube, wir müssen noch etwas Holz mitnehmen. Sonst haben wir echt ein Problem. Denn ich glaube nämlich nicht so schnell, dass wir so schnell irgendwelche, ähm, ja, Bäume wiederfinden, wenn wir hier in diese Savanne laufen. Okay. Ah, ich weiß sogar noch, was ich machen könnte. Moment. So, ein bisschen Erde habe ich, falls ich mich im Notfall wieder einbauen muss. Eben nicht. Hallo. Hallo. So. Eigentlich ist die Geschichte ja recht witzig, auf gewisse Art und Weise, warum wir zwei ja in einem Team sind. Und zwar ist ja, ich weiß nicht, ob das deine Fans wissen, dass du aus einem anderen Land kommst. Das sind die Wahrheit, Leute. Doch, das wissen die. Normalerweise. Leute, ich komme aus Österreich. Ja, die meisten Leute wissen ja, dass ich, ich hoffe mal, dass die meisten Leute wissen, dass ich aus Österreich komme. Und deshalb habe ich mich dann gleich mal dazu entschieden. Ja, ich möchte lieber gerne mit einem Wams-Tag ins Projekt, denn den könnte ich dann bumsen. Und, ähm, Moment, ich habe jetzt gerade eine Steinspitzhacke gemacht. Ähm, kannst du mir vielleicht zwei Steine geben? Das wäre sehr nice. Okay, Moment. Ich wollte uns gerade selbst ein paar Steine machen. Und ich bin ja, wie gesagt, auch Österreicher und da finde ich das nämlich cool, denn wir zwei sind momentan die einzigen Österreicher im Projekt, was ich zumindest so weiß. Ja. Und ich meine zwölf reichen. So, zack, zack, denn ich möchte jetzt ganz kurz was machen hier. Und zwar... Ich habe ein Steinschwert für uns zwei. Zwei, drei, dann mache ich das hier. Ja. Okay, so. Hast du ein Steinschwert? Ja. Ähm, ja. Ja, du musstest eins haben. Okay. Ich baue hier noch schnell etwas ab. Moment, ich habe auch noch Knochen. Ich habe auch Knochen. Okay. Weil mir fehlt noch eins, dann kann ich ein Brot machen. So, machen wir hier mal schnell ein leckeres Brot. Oh, geil. Okay, ich habe jetzt einen Ofen. Den können wir dann danach ja wieder mitnehmen. Aber ich brauche... Nein. Ja, wir müssen etwas Holz noch sammeln. Das haben wir echt nicht. Hey, Moment, hier haben sich zwei reingekramt. Oh, geil. Oh, da ist was... Oh, oh, oh. Hier ist Kohle. Kohle kann man gut gebrauchen zu Beginn. Kohle kann man sehr gut gebrauchen, aber... Aber Regeln haben wir auch hier. Also sprich, du ist fertig, dann erzähl ich. Ähm, ich wollte nur sagen, dass ich aufpassen muss, dass ich jetzt nicht sterbe, denn sonst habe ich einen Tag lang Upload schwer und dann kann ich die zwei in der zweiten Folge nicht aufnehmen. Ja. Ah, dann macht das Scheiße. Ja. So. Gut. Ähm, Birkenholzbretter. Ähm, genau. Das wollte ich machen. Vielleicht finde ich sogar gleich mal Eisen, dann können wir uns direkt Eisen später machen. Das wäre geil. Das wäre hammergeil. Aber ich glaube, die eine Kuh, die zwei Kühe oder eine Kuh, was wir gefunden haben. Hast du, hast du die, den Ofen gelockt? Nö. Weil bei mir steht da, ähm, dass der Ofen gelockt ist. Warum? Mit einem, mit einer magischen, ähm, mit einem magischen Schloss. Also kannst du das nicht verwenden? Nein, den Ofen, auf den Ofen kann ich nicht klicken. Kannst du den verwenden? Hier. Oh, danke. Ja, ich kann den verwenden. Hm. Ich bau nur noch schnell etwas ab. Okay. Gut. Ich spiel mit dem Dandelion Texte-Back-Riders irgendwie, ich mach das ziemlich gern. Ja, das hab ich auch. Also ich hab das nicht drinnen, aber ich spiel mit dem, ähm, dem... Hey, ich hab die Höhle gefunden. Sphax, aber... Oh. Okay. Ich glaube, ich geh jetzt ein bisschen noch weg und such nach Tieren. Aber ich trau mich, ehrlich gesagt. Ah, hier ist, hier ist noch ein Huhn. Oh mein, ein Enderman, ein Enderman. Oh, ähm, umge, ein Huhn. Ja, ähm, warte mal. Oh mein Gott, das sind zwei Endermänner. Ähm, Michi, was willst du? Jetzt zeigt's bei mir an, dass ich, also, ich nicht mehr gründe. Ja, das sind jetzt ein paar Leute im Hintergrund bei ihm. Die Folge dauert, eh nur noch fünf Minuten, nur da unten sind Endermänner. Okay, also ich, ich kann hier jetzt ein Fleisch braten, dann kann ich wenigstens wieder reggen. Bitteschön. Ähm, hier. Bisschen Fleisch. Oh, das ist kacke. Da muss ich noch reden, dass man, da muss ich noch nachfragen, weil das ist ein bisschen dumm, wenn alles gelockt ist, oder? Du lagst etwas, weißt du das? Ja, ich weiß, bei mir lagst es ein bisschen das Internet. So. Okay. Wo bist du? Welchen Anbieter hast du von Internet? Ich, ich bin hier, ich bin hier. Telekom. Ah, okay. Also A1. Ja. Ja, wie ich nämlich auch. Und das kenne ich. Ja, bitteschön. Das muss man nur den... Mann, ich wollte dir eine Rose schenken, ich habe nämlich auch keine hier. Danke. Das ist Moor mit uns. Ein Moment mal, das Pferd. Ähm, kannst du noch schnell das Fleisch rausnehmen, sonst sterbe ich. Ja. Ja, Leute, das ist alles so ein bisschen Chaos, Maus hier, aber das... Ja. Oh, geil, ich kann einfach wieder regnen. Kannst du etwas Holz abbauen? Ja, kann ich gerne. Ich gehe mal da rüber zum Pferd. Vielleicht ist das nett zum Pferd. Und vielleicht ist das auch ein Böse drin. Auch immer im Wasser gucken, ob da wo Eisen ist. Manchmal ist da nämlich Eisen an der Oberfläche. Ich habe mir auch eine Map rechts oben eingebaut, das sieht man normalerweise. Ich habe ein Pferd, macht nichts, aber gleich. Dann brauche ich nur noch einen Sattel. Achso, nee, ohne Sattel komme ich nicht weiter. Nee, ich glaube, Sattel bekommt man doch nur aus Dungeons, oder? Okay, dann kriege ich das Pferd. Der Pferd. Cool, ich kann mir einen Helm basteln. Okay. Ah, ich weiß, was ich mache, ich weiß, was ich meine. Ich mache mir jetzt einen roten Helm an, wenn wir statt Rot sind. Weil wir statt Rot sind. Ja, wir sind statt Rot. Langen Lebensstattung, langen Lebensstattung. O.M. King Youngadain. So, wie viel Holz haben wir denn jetzt? Okay, ich habe eine roten Läden. Oh, ich wurde gerade angestuppst. Kann ich jetzt nicht zurückschreiben? Soll ich dir eine Steinspitzer, äh, eine Steinaxt? Nee, geht schon. Wegen der einen Sekunde da ist auch schon egal. Ja, stimmt auch. Oh, ich bin einfach wieder vollgerückt. Ich fühle mich jetzt so super. Ähm, so. Ähm, ich brauche Essen. Aber ich bin echt auch wieder vollgerückt. Gererlerler. Das heißt, wir könnten eigentlich, eigentlich ja, schon... Farm gehen. Bitte laufen, nur ich bräuchte etwas Essen. Ähm, dann hol du etwas Essen und ich geh ein bisschen leinern. Ja, ich weiß ja nicht wo. Hey, Moment, achso. Moment, 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 Moment. Da ist was. Ich seh nämlich bei meiner Karte, ich seh da Gegner. Okay. Da unten zwei Zombies. Ich hätte sie gehört. Oder einer ist tot. Seht ihr, Leute, ich brauche gar keine Map. Ich höre alles. Weil ich so super bin. Ja, ich habe sie auch. Nein, ich habe sie eigentlich nicht gehört. Ja, ja, ich wollte schon gerade sagen, die Ausreden. Ja, ja, ja. Das sind zwei Endermänner unten übrigens. Ja, Endermänner. Ich glaube, die haben sich geportet. Ja, nein, da sind sie. Mann, das sind zwei Endermänner. Die machen mich nicht nervös. Hast du einen Ball jetzt? Ähm, was habe ich? Du hast ja drei Wolle, oder? Ähm, nein, zwei. Du hast eins. Achso. Ja, ich glaube, die eine hier. Die liegt da jetzt rum. Okay. Ich glaube, meine Tastatür, meine Tastatür, ja, meine Tastatür hört mir ziemlich gut. Ja. Ja, weil ich mein Mikro ziemlich nah dran habe, das muss ich erstmal... Oh nein. Oh nein. Wir haben eh noch Frieden, normalerweise. Ah, stimmt. Ja, ich glaube, wir können den, da kann ich... Ja, ich habe einen... Hey. Ah, wir müssen unsere Folge schon beenden. Oh, wir müssen... Wir sind nämlich nur 15 Minuten auf dem Server. Okay, dann müssen wir unsere Fahrt wieder wohnen sein. Dann, ähm, dann gehe ich jetzt schnell runter und, ähm, ich würde sagen, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen, konstruktive Kritik in die Kommentare. Dann könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie ihr das Projekt generell so findet. Und ja, schaut doch bei der Zocker-LP vorbei, ähm... Eilig GoldblockTV. Oder GoldblockTV, äh, das kommt davon, wenn man in Minecraft immer einen anderen Namen hat. Ja, Leute. Ja, ich weiß, ich war zuerst, weil ich ein paar mehr Leute... Egal, sprich fertig. Okay, ja, auf jeden Fall, Leute, ähm, alle Teilnehmer stehen unten in den Kommentaren und ich würde sagen, tschüss. Ja, auch von meiner Seite, ich verabschiede mich hier jetzt auch schon... Ach ja, wir müssen uns hier ausloggen. Oh, ausloggen. Ich verabschiede mich hoch. Ähm, ihr habt ihr gehört, dass Boomsdog gesagt hat, auch das Gleiche, auch bei mir, auch die Leute sind unten in der Beschreibung. Schaut euch beim Boomsdog vorbei, ersten Link gleich unten in der Beschreibung. Und deshalb bedanke ich mich fürs Zusehen. Haut's rein, macht's gut und ciao.